Moin! Hier ist der Christoph von Schnauz58 und wir sind wieder unterwegs. Es wird gerade hell. Der Ingvar Kettelsson und ich machen heute mal wieder eine Tour. Und zwar gehen wir über das Pischmesser Feld. Moin! Und dann werden wir mal weiter sehen. So, bis später. So, Leute. Ein herrliches Lichterspiel am Himmel. Das wird die Kamera wohl nicht auffangen können. Der blaue Himmel kommt jetzt langsam durch. Und wir gehen jetzt zu einer Schutzhütte. Die nennt sich die Spinner. Und dort wird zuerst mal einen Kaffee gelungen. Bis später dann. So, wir sind jetzt gleich da. Und es wird Zeit für einen Kaffee. Es ist saukalt heute Morgen. 3 oder 4 Grad Minus. Und sonst ist es wunderbar. So, Leute. Der Kaffee kocht. Die Würste werden warm gemacht. Und hier ist die Hütte. Ich gehe mal ein Stück weg. Da ist das Ding. Einmal frei. Und das Wetter ist heute super. So, Leute. Alles sauber aufgeräumt. Jetzt geht's wieder Richtung Rückweg. Das wird unser Weg sein. Hier ist noch für müde Wanderer. Ein kleiner Sitz. Geil gemacht. Aus dem Stamm rausgesägt. Jo. Dann gehen wir mal los. Aber es macht eigentlich nicht. Ich hatte meine Kamera. Ich habe jetzt das Tablet. Ein ganz tolles Wetter haben wir. Sonnenschein. dieser platz haben nennt sich die spinne weil wir gehen acht wege ab ich bin bei sonnenschein wo du hinguckst ein bombenwetter bis später das war's dann für heute wir sind jetzt 500 meter vom parkplatz weg ingmar kettelsson und danke fürs zusehen die sonne ja das wäre es gewesen für heute